Unsere als Hip-Hop gegründete Tanzgruppe für Jugendliche heißt nun Street-Jazz-Gruppe. Sollten Sie nicht wissen, was das bedeutet, macht nichts, ich weiß es auch nicht. Wenn man bei Google Street-Jazz eingibt, kriegt man über 28 Millionen Suchergebnisse. Viel Spaß beim Lesen. Alternativ können Sie auch jetzt einfach bei Jamie Köbels Street-Jazz-Gruppe bei Style Mix zuschauen. Dann wissen wir sicherlich auch, was es ist. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020